Stopp! Stopp! Ich trau mich gar nicht, das zu sagen. Und es starrt ein L.B. Ludwig. Ich habe alles. Mein lieber Mann. Ich hab das Loch überlacht. Orgasmusproblem. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stadt, Land, Bild. Eine alte Idee eines Familienspiels. Einfach mal wieder neu aufgelegt mit Themen, die uns, die euch und die ganz Deutschland einfach bewegen. Ich habe eine Geschichte, die ich euch erzählen muss. Gerne. Wir haben einmal hier mit meinem Schwiegervater gespielt. Mein Schwiegervater spricht so gebrochene italienisch-deutsch. Und wir haben gespielt mit I. Und alle suchen ein Obst mit I. Und niemanden finden. Mein Schwiegervater sagt die ganze Zeit, der hat das, der hat das, der weiß. Und wir stehen so, wie kann das sein? Und er sagt, Imbär. Die Italiener sprechen kein H, für den ist Imbär. Ich so, okay, Imbär. Zählt mit I. Für die Italiener. Imbär. Dann Aina, ich kann dir dazu sagen, ich habe das mit Thomas schon öfter gespielt. Und da war er auch immer der Spieleleiter. Wenn du nett lächelst, gibt er den jungen Damen auch manchmal einen Extrapunkt dafür. Das ist ein guter Tipp. Also das vergesse ich nicht. Glaub mir. Und Kadi, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht fantastisch aus. Sag uns mal ganz kurz was, wie nimmt man 60 Kilo ab? Ja, ich habe jetzt 61,6. Das ist ganz gut nach acht Monaten nach der Operation. Der Professor hat mir damals gesagt, man kann wirklich bis 70 Kilo abnehmen mit diesem Markenbarn. Und jetzt bin ich nach acht Monaten über 61,6 H genau. Kadi, es ist auf jeden Fall klasse. Der Professor berührt sich mit und jetzt bin ich voll zufrieden. Dass du gesund und zufrieden aussiehst. Laura, ich sehe, du bist in einem Hotelzimmer. Ich weiß ja, du lebst wirklich aus dem Koffer. Ja, ich hoffe immer, es ist eine frische Unterhose mit drin. Wir haben uns natürlich was ganz Besonderes überlegt. Also Kategorien, über die man spricht. Und wir starten zunächst mit politischer Aktualität. Da gibt es ja bald die Wahlen in den USA. Und deshalb ist die erste Kategorie ein US-Bundesstaat. Dann haben wir gedacht, wenn wir schon zwei dermaßen erfolgreiche, attraktive junge Moderatorinnen da haben, dann nehmen wir als zweite Kategorie eine Fernsehsendung. Okay. Oh Gott, oh Gott. Kategorie 3 ist ein Pizzabelag. Oh, dafür brauchtet ihr meinen Mann. Gossip, so ein bisschen Klatsch, so ein bisschen Tratsch. Ein Trennungsgrund. Was für euch, was habt ihr schon mal gehört? Was ist ein Trennungsgrund? Und dann haben wir als letzte Kategorie haben wir noch eine Bildschlagzeile. Eine Fiktive kann das auch sein, die ihr irgendwann gerne mal lesen würdet. Wenn mehrere von euch dieselbe Antwort haben, gibt es fünf Punkte. Wenn ihr unterschiedliche Antworten habt, gibt es zehn Punkte. Und wenn ihr der Einzige oder die Einzige seid, die eine Kategorie richtig hat, dann bekommt ihr sogar 20 Punkte. Oh, okay. Das ist das Zeichen, dass es losgeht und nach zwei Minuten werde ich damit auch eingreifen. Und dann würde ich sagen, ich fange an mit A laut zu lesen. Jana Ina wird dann irgendwann Stopp sagen und ich beginne mit A. Stopp! L wie Ludwig. Okay. Und los geht's! Bundesstaat ein L wie Ludwig. Läuft die Zeit. Ach mal. Also oben wird schon geschrieben. Laura grübelt noch, sehe ich. Oh Gott. TV-Show. Also da bin ich auch großzügig, Laura. Das kann eine Serie sein, das kann eine Unterhaltungsshow sein. Aber es muss ja mit L anfangen, oder? Stopp! Stopp! Ich habe alle. Mein lieber Mann. Nein, okay. Mein lieber Mann. Ey, das ist wirklich, das ist aber wirklich ein Knall. Jana Ina, sag ehrlich, deine ganze Familie sitzt da im Hintergrund. Jana Ina, dann beginnst du jetzt. Was hast du denn jetzt für einen US-Bundesstaat? Lusiana. Habe ich auch. Ich würde Lusiana nehmen. Ja, du musst es aufschreiben, Kalli. Du musst es aufschreiben. Hast du. So, also da haben wir einen fulminanten Auftakt hingelegt. Was für eine Fernsehsendung hast du? Jana Ina. Love Island! Die beste, die schönste, die spannendste, die spektakulärste Kuppelshow der Welt. Love Island! Der Enkel von unserem ehemaligen Finanzminister Stoltenberg, der war irgendwie der absolute Frauenliebling. Hast du das verstanden? Henrik war schon ziemlich lustig. Der war ehrlich, der war sich selbst und der hat so einfach Sprüche rübergebracht, die eine TV-Sendung braucht. Die Leute wollen Unterhaltung haben und er hat alle unterhalten. Ich bin total verschnitzelt. Versahnt den Spaß, ey. Habe ich das schön gesagt? Madame Aurelia. Bonjour, Noah tout le monde. Was ist denn hier los? Ich komme noch dazu, dass er so schon ziemlich bereit war zu flirten und zum Lieben auf der Insel. Also das war schon... Wenn du Single wärst, wäre er ein Typ für dich gewesen? Ach, nee. Ich bin seit 16 Jahren glücklich. Also ich denke auch nicht mal so darüber nach. Carly, was hast du für eine Fernsehsendung? Ich würde Lego Masters nehmen. Ja, ich habe aufgeschrieben, aber es zählt dann ja wahrscheinlich auch nicht. Nur die Liebe zählt. Doch, das, doch, doch, doch. Weil die Liebe und das starke Wort L, da kriegt ihr natürlich alle 10 Punkte. Das würde ich schon durchgefasst. Sehr gut. Ja, so, dann sind wir beim Pizzabelag. Ja, Lea Dahmer Käse. Sehr gut. Ich habe das einzige Lebensmittel, was mir mit L eingefallen ist, war Lychee. Ich esse das sehr gerne auf meiner Pizza, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Und Carly? Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe auch den Lauch, aber mit schönem Käse, weichem Käselauch da drin. Und dann noch, schadet auch nichts, wenn da drunter noch ein bisschen Salame liegt. Dann guter Pizzateuch, dann schmeckt das fantastisch. Toll. Also bisher haben alle geliefert. Ich kann erinnern, jetzt bin ich mal gespannt. Trennungsgrund. Laute Liebestelefonat mit anderen. Lügen habe ich. Laura, was würdest du machen, wenn du merken würdest, dass, ja, jetzt konkret, dass Zolli nicht belügt, wenn du es rausbekommen würdest? Ja, kommt drauf an, ob das eine Notlüge ist oder eine Lüge, die schon ordentlich viel in Schwanken bringen könnte. Gut. Und Carly, was ist bei dir? Doppel L. Liebe Lüge, Lüge, Lüge. Ja, also eine Liebeslüge praktisch, ne? Ja, mach das. Okay. Also du wirst geguckt, das ist das Beste. Und jetzt haben wir noch die fiktive Bildschlagzeile. Ja, Raina, ich bin sehr gespannt. Love Island gewinnt Fernsehpreis. Fernsehpreis apropos. Laura, du kennst dich aus mit Ninja. War dir auch schon... Genau, habe ich viermal verloren. Ey, ich bin noch nicht mal nominiert. Also von daher... Was hast du getextet, Laura? Ich rauchgeist mal. Liebe Schaukel-Skandal bei Bushido. Ich würde auch sagen, liebes Taumel in allen Städten, der neue Impfstoff ist da. Also eine fulginante Eröffnungsrunde, das ist ein ganz, ganz enges Rennen. Ihr seht die Punktevergabe und das wird mega spannend. Jana, du hast selbst, oder du warst selbst an Corona erkrankt. Ja. Wie blickst du mittlerweile auf diese Krankheit, so im Rückblick, die uns natürlich dennoch noch alle beschäftigt? Als ich gesehen habe, dass ich positiv getestet wurde, das ist schon ein Schock, weil ich bin immer mit Maske unterwegs. Teilweise bin ich mit Handschuhen geflogen. Also ich bin sowas von vorsichtig und auf einmal wirst du trotzdem positiv getestet. In meinem Fall zum Glück ohne Symptome. Mir ging es gut die ganze Zeit, aber es geht nicht jedem so. Deswegen bleibe ich nach wie vor vorsichtig. Ich bin schon sehr, sehr dankbar und froh, in einem so geordneten und gesitteten Land zu sein, wo ich das Gefühl habe, dass fast alle Leute diese Krankheit, diesen Virus sehr ernst nehmen, Respekt davor haben, auch Respekt der Risikogruppen gegenüber haben und fühle mich da eigentlich hier in Deutschland gerade sehr, sehr gut aufgehoben. Kali, was sagst du zur Diskussion Fußballspiele mit Zuschauern? Ja, ich glaube, Zuschauer, Fans hören zum Fußballspiel dazu. Bei aller Fußballbegeisterung, die Gesundheit geht vor, das müssen wir wissen. Und dann muss man einfach sagen, nachdem die Bundesliga mit Seifer das so hervorragend gemacht hat, vier Wochen vor, dann alle uns nachgehalten. Und darfst nicht vergessen, in so einem normalen Jahr, die Bundesliga wird nicht unterstützt mit Geld. Und wenn die dann noch so ein Ding da aus dem Hut zaubern und alle, auch die Amis mit ihren großen Sportlern, die Engländer, die UEFA sagen, Super, Schluss aus, Tröte. Ich habe ein bisschen Angst um dein Schreibtisch. Aber ein eindrucksvolles Statement für den Fußball in der Bundesliga und in Deutschland. Die Zeit läuft natürlich ein bisschen, wir brauchen die nächsten Buchstaben. Und Kali, nochmal ganz kurz der Hinweis, bitte dann schreibe. Genau, alles gut, war ja alles fertig. Genau, wollte ich nur nochmal darauf hinweisen. Also, Laura, ich starte mit A. Ich habe ein O wie Otto. Und unsere Zeit läuft ab jetzt. Stopp, stopp, stopp. Mein lieber Mann, unter einer Minute, das ist ja richtig stark, was ihr hier abliefert. Stopp, 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 nicht mehr schreiben. Stopp, 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 nein, nein, ich habe es schon gesehen. So, wie sieht es denn eigentlich aus auf euren Zetteln? Vielleicht könnt ihr die mal ganz kurz so hier hochhalten, damit ich das mal kontrollieren kann. Also, Laura hat alles voll. Warte, ich habe zwei Zettel. Ja, okay, okay, alles klar. Ich wollte das nochmal kurz überprüfen und Laura beginnt ein US-Bundesstaat. Ohio. Kali, was hast du für einen Bundesstaat? Auch bei Ohio, das hat einen besonderen Grund. Wir hatten da mal eine Partnerschaft mit Bayer Leverkusen. Die haben original unser Stadion neu gebaut. Ohio ist ein guter Standort. Und was hat Jana Ina? Auch Ohio. Laura, was ist bei dir eine Fernsehsendung mit O? Ich habe schon gesehen, dass Jana Ina das gleiche hat. OC California. Hast du auch immer geguckt? Ich schließe mich den beiden Damen an. Das sind absolute Fernsehkönige oder Königinnen, die kennen sich da aus. Die machen selber tolles Fernsehen, sind tolle Frauen. Und wenn die sagen, das ist die schönste Sendung, mit O musst du sowieso lange überlegen. Dann sage ich, das ist auch meine Sendung. Aber Kali, wenn die Leute nennen, dann sage ich, ich lese mich dem an. Kali, kannst du uns mal gerade den Zettel noch trotzdem zeigen? Ich sehe da immer irgendwie, ich habe so das Gefühl, du hast noch mit einem Ghostwriter bei dir im Modell. Okay. Hast du gesehen? Ich habe es gesehen. Genau. Bei TV habe ich jetzt nichts gesehen, also zumindest nichts mit O. Aber ich habe auf jeden Fall Ohio gesehen. So, was ist mit Pizza-Belag? Oregon. Oregon, habe ich doch gerade schon gesagt. Achso, ja. Entschuldigung. Okay. Und Jana Ina, was hast du? Öl. Öl? Ja, ist wichtig. Olivenöl. Und dann, Laura, wie sieht es bei dir aus mit Trennungsgrund? Ich habe das Loch überlacht. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Sag mal bitte. Oh Gott, bitte verzeiht mir. Ich habe geschrieben, Orgasmusproblem. Ich laufe so krass rot an gerade. Würdest du denn in dem Falle, oder was du, wenn du das mal erlebt hast, du bist ja glücklich verheiratet, hättest du das denn angesprochen? Oder, ich meine, das ist ja auch ein heikles Thema dann. Darüber möchte ich nicht reden. Das ist schon schön genug, dass du das aufgeschrieben hast. Jana Ina, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Ohrfeige geschrieben. Laura, verzeih mir, das Beste war von dir. Orgasmusproblem. Was hat es denn jetzt auf den Zettel drauf gegeben, kann ich? Ich habe selber entdeckt, das ist von dir. Ich folge dir. Ja, genau, fang mal an bei der Bildschlagzeile. So. Oh, super. Neuer Impfstoff ist da. Der zählt? Ohne Corona durch den EM-Sommer. Laura, du machst ja die Länderspiele, du moderierst sie hier bei RTL. Hat unsere Nationalmannschaft eine Chance, nächste Europameister zu werden? Puh, das ist schwierig. Ich finde, man kann sowas aktuell gar nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, wie dann die Trainingsbedingungen und die Kaderzusammenstellung aussieht. Ob wir Corona noch haben, ob alle mittrainieren können und so. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Oder auch Nationalspieler, die dann wieder aus anderen Ländern und nicht Deutschland zu uns kommen müssten, um die Vorbereitung zu machen. Schwierig, schwierig. Okay. Und Jana, was hast du als Schlagzeile? Oh Gott, schon wieder Trump. Oh Gott, schon wieder Trump. Okay. Ist das für dich im Moment so die absolute Robo-Vorstellung, wenn du auch so ein bisschen auf die Welt schaust? Ich meine, in Brasilien habt ihr auch einen sehr umstrittenen Präsidenten mit Bolsonaro. Richtig. Das ist das Problem. Solange wir solche Menschen in der Markt haben, werden wir ein großes Problem haben. Also ich finde Trump, Bolsonaro und Erdogan, also das sind alle leider nicht genau die, die ich wählen würde. Wir können alle nur hoffen, dass Jana Inas Schlagzeile nicht Wahrheit wird. Auch in Amerika kenne ich mich sehr gut aus. Ich kenne mich an Trump persönlich. Ich werde ihn schon besuchen. Er war damals, wo er seine Sendung Apprentice und ich habe ihn Big Boss. Das waren von zwei großen Fernsehsendern. Da gab es ein Treffen auch mit den Frauen und so. Da war ich schon mal weiter. Da war er noch halbwegs manierlich. Aber ich kenne mich da sehr aus. Sie interessieren mich dafür auch für den Wahlkampf. Ich verfolge das. Ich bin mit vielem, was er gemacht hat, was er erklärt, meine Auffassung effektiv nicht einverstanden, dass wir es so deutlich sagen. Definitiv. So, das heißt, es ist ein ganz, ganz enges Rennen. Wir gehen mit fünf Punkten Abstand in die letzte Runde. Gali, sag uns doch was. Ich habe ein Video von dir gesehen. Sag uns, du bist ja so unter die Schlagersänger gegangen. Ein paar Kalorien sind mir doch verziehen, denn man lebt nur einmal voll fett. Da kamen aus Bamberg drei Musiker, das waren die Dorfrocker. Da haben gesagt, Mensch, Gali, könntest du nicht für uns mal was mit in einem Song machen? Ob das dann zu ist? Und dann haben die gesagt, ja, was hältst du dann davon? Dann haben die gesagt, voll fett ist am besten. Kurz und knapp. Und so haben wir das Ding gedreht. Februar, März, dann kam Corona. Die wollten das für ihre Oktoberfest-Saison. Und jetzt waren sie vor zwei, drei Wochen. Da waren sie beim Fernsehgarten, haben mich angerufen. Ja, Kali, was machen wir jetzt? Jetzt bist du ja so schmal. Gleich kommt man mal nach St. Louis. Da haben wir den Schluss gedreht. Selber Handsuch, selbe Hemd, selbe Krawatte. Voll fett! Leck mir am Arsch. Wo ist das fett? Das fett ist voll weg. Sehr gut. Und ich zähle dann nochmal. Und Kali sagt dann einfach Stopp. Ich beginne mit einem A. Stopp. G habe ich. G wie Gustav. Oh. Stopp. Also ganz ehrlich, Laura, die macht hier jeden Schnelligkeitsrekord. Laura, fang mal bitte an mit dem Buchstaben G. Georgia. Da würde ich auch Georgia nehmen bei D. Dann ist das nämlich viel einfacher. Ich habe Georgia. Okay. Gut. Was haben wir, was haben wir für eine Fernsehsendung? Grill den Henssler natürlich. Aha. Ich halte Game of Thrones. Ja, also ich bin jetzt am längsten da. Grill den Henssler, grill den Profi. Korra Arena ist ein und das selbe Programm. Darf ich das machen? Ja, dafür kriegst du alleine für die Lebensleistung kriegst du diese Punkte. Auf jeden Fall. Ja. Also, dann haben wir den Pizzabelag. Gouda. Gemüse. Ich bin beides, Gemüse und Gouda. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Kalli sich hier Punkte erschleichen möchte. Was haben wir für einen Trennungsgrund? Laura. Gewalt. Ich habe Größe. Geistesgestörter geschrieben. Ja. Würde ich auch auf jeden Fall, würde ich das gerne passen. Und was haben wir noch als Bildschlagzeile? Grill den Henssler, läuft jeden Tag. Gut so. Trump verliert Wahl. Geile Meldung aus Germany. Impfstoff ist da. Jawoll. Also ich sehe schon, Trump und die Impfstoffe oder die Corona, die Pandemie und die hoffentliche Bekämpfung sind das große Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in keinem Durchgang länger als eine Minute gebraucht. Tippi Tippi hat richtig Spaß gemacht. Okay. Die Punktevergabe. Das ist ein mega enges Höschen. Ein Kopf-an-Kopf-Wennen bei den beiden Hens. Okay. Ich bin bereit, hier zu Hause zu spielen mit der Familie. Ich mache die alle fertig. Ja, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat riesen Spaß gemacht. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an Rainer Kallmund. Ich danke ganz herzlich an Jana Ina. Es war mir ein ganz, ganz großes Vergnügen. Danke. Und immer wieder aufs Neuen Vergnügen mit Laura zusammenzuarbeiten. Also, ich habe es sehr genossen mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt vor allem gesund in der Zeit. Dankeschön. Bis bald. Ciao.